Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt kommt's rüber zu Borderlands 2. Resident Evil 5 mit der Lizzie. Hallo ihr Lieben. Also bei über 90 Folgen Resident Evil, weißt du? Das ist aber auch so drin. Äh, Borderlands, was red ich denn da? Wollen wir nicht von Resident Evil? Ich habe eine Elektro-Lampe. Ah, toll. Und ich hab ein grünes Kraut. Wow. Ja, wer ist jetzt sinnvoll? Kann ich die Spitzhacke mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Warum kann man das? Können sie ein bisschen Eisen farmen? Ja, Gold. Achso. Und Diamanten finden. Auf einem bestimmten Level. Drängel nicht so. Links oder rechts, Lizzie? Lass ich nicht. Rechts ist ein rotes Kraut. Das nehme ich mir. Mach das. Oh, guck mal, wie die Schienen leuchten. Ich brauche dich gar nicht. Ey. Ey. Hier sind aber keine Schienen mehr. Ja, eben. Und da ist Wasser. Da will ich jetzt durchlaufen. Yeah. Wakupuki! Wakupuki, hilf mir! Lizzie! Oh! Was für ein Scheißvieh! Also, weißt du... Au! So, jetzt ist aber gut hier. Maschinengewärmung. Wieso kann ich denn mal keine Maschinengewärmung nie mehr nehmen? Also, ich bin voll. Aber ich... Warte mal, ich... Äh... Kombiniere... Nein! Nein, 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 nein. Ich kombiniere gerade mal. So. So, jetzt aber. Okay. Da vorne ist jemand. Ich leuchte ihn an. Bitte töte ihn. Kopfschau ist nicht in die Eier, auf den Kopf. Oh ja, Snipey. Der wartet. Der tanzt. Ja. Ja, boogie, boogie. Was? Ja. So viel dazu. Ich dachte, das wäre... Jedes Mal nachladen. Ich dachte, das wäre One-Shop. Ja, der hat so... Den hättest du mal sehen sollen, bei dem Beat, den der drauf hatte. Dann mach mal One-Shop. Da leuchtet was Rotes. Ah! Wo? Guck mal, Edelsteine. Über uns. Sehe ich nicht. Ach, da. Ja, Edelsteine. Schieß mal runter, den können wir doch schon runterschießen. Warte. Wo ist er denn jetzt? Ich verliere die Orientierung hier drin. Ich leuchte ihn an. Ey, cool. Sehr gut. Links oder rechts, Lizzie? Keine Ahnung. Das wird uns sicherlich gleich... Es ist aber auch... Ah, rechts da ist... Sadam! Ich bin nur der Beleuchter hier. Ja, also... Da kommt einer von links mit der Schaufel! Ja, guck dir mal, was macht der denn da? Der war erdefarben. Oh, nein! Oh, nein! Warte, ich helfe dir. Ist er tot? Nein. Ja, das Vieh braucht ein bisschen mehr, glaube ich. Hinter dir liegt Schrott. Da kann ich ja nichts anfangen. Oh, ich bin leer. Mann! Seelisch? Ja. Seelisch und moralisch leer. Hier ist Gewehrmunition. Nimm mich gerne. Das ist eine Blend... Zwei Blendgranaten. Ja, Blendgranaten bringen ja nicht wirklich was, ne? Die Blendenheit, ne? Ich probiere die mal aus. Ich warte mal, ich lege die mir mal eben auf. So, ich versuche es mal. Ich habe sowieso nicht... Ich habe keine Muni mehr. Also muss ich jetzt irgendwie mit Granaten arbeiten. Du hast doch gar keine Muni mehr. Oh, ich sehe es. Ich habe nur noch für meine Sniper. Warte, ich gebe dir Pistolen, Muni. Danke. Ich versuche, glaube ich, trotzdem aber erstmal mit den Granaten zu arbeiten, weil sonst... Ja, hier drinnen in so engen Räumen... Ja! Ja! Spinnst ja. Ah, okay, alles klar. Über sieben Brücken... Musst du gehen! Da sind ein paar! Ah! Wie ich da nicht an dir vorbeikomme. Ich habe ein bisschen zugenommen. Oh nein, ich bin wieder so ein Scheiß. Geh lieber zurück. Ich bin ja immer sehr umwerfend mit meiner Schrotflüge. Ja, total. Oh, die hasse ich so sicher. Okay. Ich mache mich wieder als Beleuchter, verdinge ich mich hier. Schrotgewehr! Pistolen, Muni, brauche ich auch mal wieder ein bisschen. Oh, Guduburu! Guduburu! Wo kommen die? Ja. Sehr gut. Hör auf, so rumzuspacken. Der lebt noch. Der ist aber noch nicht gut. Stammt mal. Ah, zu spät. Nice! Und, warte, ich konnte doch eben auch Spießen machen. Warum hat der das... Mann, wie doof ist das denn? Das ist so kurz, dieser Quick-Time-Event. Ach so, ja, stimmt. Hier geht's auch noch nach rechts, ne? Das ist was. Lootest du rechts, ich links? Ja. Autsch! Alles klar? Die hat eine Schlange gebissen. Oh nein! Doch, da war eine Bescheid-Schlange drin. Die hat mich gebissen. Lass mich das Gift raussaugen. Ja, bitte. Ah, da ist sie! Ach nee, komm, die arme Schlange kann jetzt. Ja, lass dich, lass dich da. Lass... Wie hieß... Da, da steht einer, rechts. Ja. Warte. Ich leuchte ihn an. Komm, wenn der so brav da stehen bleibt, dann kann ich auch das hier versuchen. Sehr gut. Hier, Pistolen-Muni. Ja. Nämlich gerne. Da ging es auch nochmal wieder nach links. Oh, hier geht's überall. Was? Wo geht's nach links? Ich blende jetzt... Das GPS ist nicht verfügbar, übrigens. Ach so. Ja, wir sind in einer Höhle. Ja. Hier ging es auch noch zur anderen Seite, ne? Nein. Doch. Wo denn? Na, hier. Wo bist du denn? Hier, zurückgegangen. Da ging es auch noch lang. Ja, da kam ich doch her. Hier habe ich doch geloodet, habe ich doch gesagt. Ach so. Ach so, dann ist ja gut. Ich habe doch gesagt, wir teilen uns auf. Jeder loodet an seiner Seite. Mann, warum habe ich denn keine... Trennt an mir weg. Ich drehe am Rad. Ja, mach das. Dreh am Rad. Wahrscheinlich musst du dann durch. Okay. Ich fürchte, das geht wieder runter, wenn ich es loslasse. Oh je. Warte mal, bleib mal noch... Geh mal nochmal nicht hin. Ich mach mal loslassen. Ja. Ja, es geht wieder runter. Okay, ist klar. Geh doch, müsst ihr schon durchpassen. Geh, 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 geh. Ich habe Angst. Ich denke nur an die Zwergenpresse. Da hinten ist ein Kurbelrad. Ah! Was ist auch hinter dir? Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich muss erst mal die Lampe abstellen, ganz in Ruhe. Hier kommt noch nichts. Ich versuche mal hier zu kurbeln. Ähm. So, das Ding geht hoch. Ja, warte. So, komm durch. Ja, ich komme. Ich lade nur noch ganz in Ruhe nach. Ich nehme die Lampe wieder mit. Da war noch Muni. Warum nimmst du die Muni nicht mit? Äh, Gewehr-Muni. Kann ich nicht nehmen. Oh. Okay. Oh nein. Nein. Oh nein. Lass los. War das deine Blendgranate? Das war eine Blendgranate. Das war sehr gut. Ah, die, adi, 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 adi. Ich höre eine Schlange. Direkt neben mir. Warum? Oh nein. Oh, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Wow. Das ist keine Schlange. Das ist ein Blödsfeil. Adi, 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 adi. Ich habe nicht mehr zum Heilen. Ich bin gleich tot. Aber sowas von. Ich habe keine Muni mehr. Ich kann nicht mehr heilen, ne? Adi, ah, warte. Hinter dir. Direkt hinter dir ist einer. Wo bist du? Hier hinten. Hau ab von dem Ding. Dann schau dich und dann bist du doof. Scheiße. Oh, ich bin leer. Warte, komm mal her. Oh, du bist da. Oh, scheiße. Ich wollte es nur mal heilen. Ah. Das ist doch Mist. Ich versuche jetzt mal, den Leiterhof zu klettern. Ja. Weil das geht nicht mehr. Es gibt gar nichts mehr. Verhältnis, die passt. Oh, Monique. Auf. Laufen, 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 laufen. Versuch, hochzukommen. Ja, ich komme hoch. Es wird schon wieder leer. Scheiße, das kann man angehen. Da sind noch mehr Pfeffer. Okay, das war linksmonieren. Ich habe voll Stress. Ja, ich auch. Ich will nicht wissen, wie ich gerade in der Cam aussehe. Versuch hochzukommen, egal wie. Noch weiter nach oben? Ja. Okay. Wo geht es denn hier von der Mitte hoch? Oh nein. Da oben ist noch viel drin. Jetzt schießen wir hier mit ihren blöden Armbrüsten. Scheiße, ich habe nichts mehr. Ich spring runter, süße. Hi. Hier geht es hoch. Ah, okay. Ja, da oben ist aber noch so ein Schlotterteil da. Ja. Ich kümmere mich drum. Warte mal, habe ich noch eine... Ich habe doch noch Granaten, oder nicht? Hast du es? Hau raus. Warte, komm mal weg da. Okay, oder so. Da oben ist noch einer. Warte mal, habe ich jetzt gar nichts mehr? Jawohl. Oh, sehr gut. Oh, schön. Diese Ruhe. Aber wirklich. Ah, ich pull direkt die Nächsten. Entschuldigung. Pullst die Nächsten. Ich wollte hier nur mich nur mal umgucken. Wo bist du denn? Ich bin hier. Ich bin aus Versehen in einen Nebengang gelaufen. Uah. Ja, ja, du Idiot. Hier nicht. Ich glaube, die kommen nicht. Wie die ausweichen können, die Idioten, ey. Wo bist du denn? Scheiße, hau ab. Wo bist du? Ich bin in irgendeinen Gang reingelaufen. Du bist ja auch ohne mich weiter gelaufen. Ja, nee, ich dachte, das wäre nur so ein Dings. Ja, genau, da bin ich auch. Okay. Aber ich habe gar nichts mehr, außer noch Dingsschluss hier. Ja, wir können auch mal gucken. Hier müsste noch was liegen. Wir gehen uns noch mal ganz in Ruhe umgucken hier jetzt. Ja. Kann ich nicht runter, doch. Aber unten ist, glaube ich, gar nichts mehr. Nein. Nee. Ach, war das nicht so, dass das nachdem, nachdem der letzte Mob getötet ist, alles despawn? Was? Wie ist das denn, wenn das alles despawnt? Ich habe immer noch eine Kiste gefunden mit Schrotmoni. Okay. Immer, muss ja nehmen, was man kriegt. Du bist in den Eingang da hinten schon reingelaufen. Das war der, wo wir uns hier betroffen haben. Genau, genau. Na gut, dann geht es ja hier jetzt weiter. Ich habe aber gar nichts mehr. Pistolmoni leer, MG leer. Das Einzige, was ich noch habe, ist Snipermoni. Ja. Und noch Granaten. Eine Feuergranate und zwei normale Granaten. Okay. Ja, habe ich nicht. Normalerweise müssten wir uns gleich ja wieder ein bisschen ausstatten können. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Ich habe jetzt die Lampe unten stehen lassen. Das war das gut. Die brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr, hier ist ja überall Licht. Und ich glaube auch nicht, dass du mit Lampe hochkommst. Ach so, ah stimmt, ja. Ah du. Oh nein. Ich kann nicht an dir vorbei. Aufschuldigung. Jawohl, der hat sich selber in die Luft gejagt. Sehr schön. Oh nein. Hallo. Man weiß auch nicht, wo man am besten bei dem Rauch schießt. Auf den Schwanz da oben, der da rauskommt. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber... Hier ist noch eine Handgranate. Ja. Und hier ist noch Gold. Das ist aber nicht viel, ne? Nee. Überhaupt nicht viel. Pistolenmonie gefunden. Nach oben. Ach, wir fahren wieder nach oben. Das ist schön. Das GPS ist nicht verfügbar. Da weißt du, wo wir rauskommen, ey. Ladefreude. Oswell. Ich kann nichts mehr leben. Guten Tag. Ja, ich bin... Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich Gewehrmonie genommen. Die kann ich dir gleich geben. Ich bin nicht drin in dem, weil sie sind evil Universum. Ich bin nicht drin in dem, weil sie sind die Blonde, die du auch auf dem Handy erkannt hast. Meine Mutti. Das ist bestimmt... Heißen die nicht irgendwie Chris und Jill oder sowas? Ja, genau. Die hieß er Jill. Achso. Guten Tag, wir sind vor den Zeugen Jehovas. Haben sie eine Mut? Oh, shit. Äh, ja. Nein. Hast du das? Nein. Achso. Reaper. Ich glaube, die sind weg. Wir dachten immer, er wäre single. Hat er wohl einen Partner. Nein. Achso. Krass. Das ist in den Marshlands. So klasse? denn ein Ölfeld aus? Was hast du da? Joink. Ich kaufe keine Waffen mehr, ey. Ich will Sachen haben. Gelooten. Wir müssen, glaube ich, runter. Hier sind sie nämlich. Okay. Was machen die da? Schießen auf uns, oder was? Ja, ich glaube schon. Boah, hast du den Headshot gesehen? Ja. Ja. Hab ich. Ich will trotzdem Sachen looten. Und Schrot gewinnen. Fuck. Warte mal, willst du mal kurz rankommen? Ich komme kurz ran, ja. Weil ich heile mal gerade. Ach so, ja. Ich bin aber voll, also von daher. Ach so, okay. Aber ich brauche sie. Und dann habe ich wieder Platz im Inventar. Ich will die Flasche mitnehmen. Ich will die Flasche mitnehmen. Bist du bereit? Ja. Wow. Du hast eine viel bessere Waffe als irgendein mieses Gastel. Bäm. Bäm. Scheiße. Bäm. Ich treffe den Kopf nicht. Scheiße. Scheiße. Ein Diamant-Brilliant. Hallo. Warte mal kurz. Das ist mal Waffe. Das ist so actiongeladen, alles. Joa. Es lohnt sich das gar nicht mehr, das Ding hier erobert zu haben. Welches Ding? Na, das hier. Ach so. Oh. Aber die Musik ist noch an. Die Musik ist noch da. Hast du schon alles für Helden weggelootet? Ja, ich fürchte schon. I'm afraid so. Ist es wieder hoch? Kann man nicht angehen, dass alles voll ist, verdammt nochmal. Ich habe noch eine Handgranate. Bist du nach oben gegangen? Die Treppe hoch? Ja. Die Leiter. Aber ja. Hier liegen Fleischstücke rum. Das ist mein Mittagessen. Aber ich glaube, hier oben ist sonst nichts mehr. Da kommen wir doch her. Aber geht es hier nicht weiter? Was ist das da oben? Was denn? Ist das ein Secret? Was? Wuh! Entschuldigung. Jetzt gehst du hoch und nicht runter? Ich bin da hoch. Wo hoch? Na hier oben drauf. Ich glaube, da ist das Gebäude drauf. Welches Gebäude? Na das hier. Das da. Ach, da hinten. Da ist was drauf. Ach so. Ach, die müssen wir abschießen. Das sind doch diese Marken. Ah, okay. Ich glaube, die mussten wir abschießen. Ja, dann schieß mal ab. Nee. Ich schieße eher, hier ist ein Diamant oder so drin. Ich treffe ihn hier nicht. Wir wollen doch Marken sammeln. Ich treffe das Ding nicht. Kann nicht wahr sein. Wo schießen du denn hin? Ja, hier, da glitzert sowas wieder in der Wand. Kontrollpunkt. Yippie. Oh nein, was macht der denn da? Ich geh weiter. Was machst du denn? Ich will die Marke haben. Ach, Marke. Du bist mir eine Marke, du. Das kann man nicht abschießen. Nee. Wenn du das machen willst, aber das kann man nicht abschießen. Au. Warum tritt der denn nicht auf den Kopf? Ah. Boah, scheiße. Was machst du? Nein. Ich bin hier gegen ganz viele. Hilf mir. Danke. Du musst erst mal den mit dem scheiß Dynamik weghauen. Warte, 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 bist du bei mir? Ja, ich bin neben dir. Ah, ich... Ich muss mich gerade betreiben, ne? Oh, sie schreit. Feuerwerk, hab ich gerade als Achievement bekommen. Ach, mein MG hab ich jetzt rausgenommen, ne? Ich hält. Wow. Was denn? Na, hinter uns. Ah. Nein, was tust du? Ich mach überhaupt gar nichts. Ich mach überhaupt gar nichts. Warte, warte, warte. Stopp. So, alles klar. Oh, der Meister hat doch wohl nicht wahr sein, dass ich den nicht erwischt habe hier. Die Folge überziehen wir gerade total übrigens, aber da müssen wir alle durch jetzt. Ja, das geht jetzt nicht anders. Ich wollte gerade sagen, lass den bloß nicht deine scheißen Dynamik mit Stangen schmeißen, ey. Hatte ich nicht vor. Alleine kann ich das nicht bewegen. Ja, warte, warte, warte. Ich will den Diamanten hier mitnehmen. So. Ich weiß nicht, ob wir das zusammen bewegen können, weil ich kann nicht V drücken. Ich kann nur F zum Untersuchen drücken. Untersuchen kann ich's. Ja, ich auch. Alleine kann ich das nicht bewegen. Ja, wir müssen uns an die andere Seite stellen, denke ich. Ah, hier, ja, drücken. Entschuldigung. Das ist immer so süß. Wow. Oh. Ey, das ist jetzt ja wohl mies. Oh, ich stehe direkt mit der Sniper, das wird noch durchgeführt, ey. Das ist doch wohl. Oh. Ja, warte, kann ich das mal eben benutzen? Was denn? Ah. Okay. Warte mal, hab ich auch noch irgendwas? Ich hab nix zum Heilen, geil. Ich muss mal eben kurz nachladen, aber ich hab gar nichts mehr. Wir enden auch mal die Folge, wir sind gleich eine halbe Stunde dran, hier. Wow. Vielen Dank fürs Zusehen bei dieser actiongeladenen Folge Resident Evil 5. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 5 mit der Lizzie. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.